Intro Jo Leute sind hier am Start und willkommen zu meiner Review Der neuesten Episode von Burrito Naruto Next Generations Folge 86 Diese Episode war ziemlich traurig muss ich sagen Also der Flashback von Onoki hat mich definitiv berührt Das hätte ich gar nicht gedacht, dass der Enkel, dass diese ganze Szenerie und so weiter Dass das wirklich so gut rüberkommt, aber tatsächlich kam das ziemlich gut rüber Ich fand diese Folge sehr nice, hat mir gut gefallen Es war natürlich wieder so ein bisschen positiveres Licht für diesen gesamten Arc Ich finde dadurch den Arc jetzt auch nicht irgendwie besser oder so Aber ich finde diese Folge hat das was sie rüberbringen wollte ziemlich gut rübergebracht Wir sprechen heute über einiges Ich hatte letztes Mal in der Review auch die Spoiler schon so ein bisschen angeteasert So ein bisschen besprochen, aber noch nicht so krass ausführlich Ich werde auch dieses Mal wieder ein bisschen auf die Spoiler eingehen Weil die jetzt etwas ausführlicher auch schon draußen sind allein schon Wir gehen auch ganz explizit nachher noch auf die Kernaussage von Buruto ein Denn das fand ich so mitunter das allergeilste an dieser ganzen Episode Und zwar, dass Buruto Onoki quasi komplett auskontakt Das fand ich richtig krass Wir gehen gleich auf Burutos Aussage drauf ein Dann dementsprechend noch auf die Spoiler Wir schauen uns erstmal den Flashback an Der Flashback von Onoki war natürlich erstmal ziemlich friedlich Also erstmal sehen wir halt nur diese harmonische Zeit mit seinem Enkel Und was ich ganz interessant erstmal zu Anfang finde ist Dass die Einstellungen von Kurutsushi und Onoki quasi innerhalb dieses Flashbacks hier getauscht werden Also die werden quasi einfach getauscht Und Kurutsushi merkt hier an, dass die junge Generation quasi nicht so krass sei Und Onoki ist genau derjenige, der sagt Yo, lass die erstmal heranwachsen und dann werden die auch krass werden Und genau zu dem Zeitpunkt, als Kurutsushi dann stirbt Weil er sich behaupten möchte Weil er seinen Mut und seinen Willen zeigen möchte Weil er natürlich auch das Ziel hat, zu Shikage zu werden Was mehr oder weniger so ein bisschen durch Onoki auch angepriesen wurde Also was er ihm so ein bisschen verdeutlicht hat Yo, du musst genau das und das machen, damit du eben diese krige Position erreichen kannst Und dementsprechend macht er sich dann halt auch diese Vorwürfe Aber genau zu diesem Zeitpunkt denkt sich Onoki dann quasi genau das Gegenteil Also genau das, was Kurutsushi halt gedacht hat Und das Ganze kippt so ein wenig Und es ist eigentlich gar nicht diese junge Generation Es spezialisiert sich eigentlich hier vielmehr auf die gesamte Menschheit Dass die Menschen nicht mehr eingesetzt werden sollen für einen Krieg Und Onoki, das muss man halt nebenbei nochmal erwähnen Er ist ein Charakter, der wirklich schon viel erlebt hat Schon sehr alt ist und nicht nur einen Krieg miterlebt hat Und dementsprechend kennt er halt auch schon einfach sehr, sehr viel Bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit sich Und deswegen kann er das nicht mehr sehen Ich denke, das jetzt hier nochmal am eigenen Leib erfahren zu haben Dass sein Enkel gestorben ist Das war so einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat Und dementsprechend ist er jetzt quasi in dieser Stellung Kosushis Willen, den Frieden irgendwie aufrecht zu halten Oder reinzubringen Diesen wahren Frieden, von dem halt schon die ganze Zeit die Rede ist Dass er das nämlich die letzten Jahre seines Lebens noch nutzen wird Um das irgendwie vollbringen zu können Finde ich von der Kernthese her Von dem, was er vorhat Auf jeden Fall mega schön, muss ich sagen Das finde ich sehr gut, dass Onoki das hier so gut rüberbringt Generell ist von dieser Folge sehr gut rübergebracht wird Diese gewissen Emotionen fand ich einfach sehr stark Wie das ihn auch mitgenommen hat Wie er auf den Boden geschlagen hat Seine Fäuste komplett am Bluten waren und so weiter Und er sich halt die Schuld dafür gegeben hat Ich fand, das war deep, das war tiefgründig Das hat mir sehr gut gefallen Ansonsten haben wir dann halt dementsprechend Diese gute Überleitung Zu den weißen Setsus Was ich auf jeden Fall schon Vor sehr, sehr vielen Episoden mal angesprochen hatte Nur indem ich den Vergleich gezogen habe Dass es ja eigentlich eine dumme Idee ist Überhaupt an so etwas zu denken Und natürlich, wem es aufgefallen ist Die Unrate und die weißen Setsus Sind sich natürlich auch designtechnisch schon mega ähnlich Und klar, was hätte es anderes sein können Als eben diese erste Probe Um diese Viecher entwickeln zu können Als eben die weißen Setsus Dementsprechend kann man also hier auch Mehr oder weniger sagen Dass so sein Kennenbezug irgendwie da ist Weil die weißen Setsus haben wir In vergangenen Folgen schon gesehen Mit Konohamaru Mit dieser Mission da in der Höhle Wo Sasuke dann dementsprechend alles verbrannt hat Mit seinem Amaterasu und so weiter Und dementsprechend haben wir hier jetzt In Iwagakure ebenfalls eine Ruine gehabt Von Kaguya Wo ebenfalls auch Überreste Von den weißen Setsus zu finden waren Die dann dementsprechend für diese Experimente Jetzt hier genutzt wurden Letztendlich ist es natürlich Keine gute Herangehensweise Wie man das Ganze über die Bühne bringen möchte Wie man das ganze Ziel erreichen möchte Und da fand ich Ist das Ganze auf jeden Fall schon nachvollziehbar Dass Onoki hier Weil er so ein sehr verzweifelter alter Mann ist Gar nicht so richtig So etwas realisieren kann Und gar nicht richtig darüber nachdenkt Weil er aus Trauer handelt Und aus Verzweiflung handelt Das finde ich wirklich sehr stark Das hat diese Folge sehr gut über die Bühne gebracht Wir kommen jetzt auf Borutos Aussage zu sprechen Denn das fand ich tatsächlich mit am besten In dieser ganzen Episode Und zwar spricht Boruto natürlich auch Mitskis Willen an Dass Mitski seinen eigenen Willen hat Dass Mitski ja ähnlich wie die Unrate ist Ein Homunculus Ein künstlicher Mensch Dementsprechend halt nicht komplett vollständig Aber Mitski hat halt gelernt Was es heißt Mensch zu sein und so weiter Deswegen ist das bei Mitski schon etwas anderes Und Mitski wächst natürlich immer mehr und mehr Und entwickelt sich natürlich immer weiter Und dementsprechend ist das Ganze auch bei den Unratten so Zumindest bei denen Die wir so ein bisschen in Mitskis Nähe sehen Also Kukuyo beispielsweise Der mit den schwarzen Haaren Kaku der mit den roten Haaren Sekiei der komische Topfschnitt Typ Und dieses Mädchen Da habe ich gerade den Namen von vergessen Ansonsten diese ganzen Charaktere Haben ja schon so ein bisschen menschliche Züge Das heißt die eine sammelt menschliche Gegenstände Irgendein Regenschirm, Kleidung und so weiter Dieser Typ mit den roten Haaren interessiert sich für diese ganze Literatur Für diese Bücher und was Menschen so schreiben Kukuyo der mit den schwarzen Haaren ist noch nicht so ganz auf dem Trip Und Sekiei ist halt auf diesem Freundschaftsding vollhängen geblieben Und ich finde allein daran kannst du schon diese Züge erkennen Wie sie sich verhalten Und eben nicht dementsprechend gleich sind Wie beispielsweise irgendwelche Maschinen oder Roboter Und dementsprechend anders auch als die weißen Setsus sind Die ja wirklich komplett braintot waren Ja wirklich wie Untote herumgelaufen sind Und selbst dieser kleine Akuta bei Inujin Scheint ja schon irgendetwas von ihm mitzunehmen Deswegen spricht Boruto hier von einem Willen Der ja selbst von diesen künstlichen Kreaturen ausgeht Obwohl das eigentlich nicht der Zweck der ganzen Sache ist Das heißt Onoki will hier natürlich Monster oder Dinge nutzen Die quasi einfach nur ihre Funktion haben Für den Krieg eingesetzt zu werden Und dabei aber kein Herz haben Dabei keinen eigenen Willen haben Keine eigenen Gefühle haben Aber genau das entwickeln diese ja mit der Zeit Und das ist genau der Konter den Boruto an ihn heranführt Und das fand ich tatsächlich mega nice Denn worin besteht da dann der Unterschied Zwischen einem künstlichen Menschen Der immer mehr menschlicher wird Wie beispielsweise Mitsuki Oder jetzt halt diese anderen Unrate Die halt Mitsuki sich so ein bisschen mehr oder weniger als Beispiel nehmen Zu einem normalen Menschen Der ebenfalls Gefühle hat Und von klein auf heranwächst Und sich weiterentwickelt Deswegen Da ist hier an dieser Stelle kein großer Unterschied Und macht eigentlich keinen großartigen Sinn Auch an dieser Stelle auch solche Dementsprechend in den Krieg ziehen zu lassen Und dementsprechend finde ich es einfach mega nice Dass Boruto diese Argumentation nutzt Um Unoki komplett auszukontern Das fand ich einfach nice Dass Boruto auch generell auf diese Idee kommt Und natürlich hätte man da auch selber drauf kommen können Aber ich fand es einfach mega nice Dass Boruto das hier an dieser Stelle herangeführt hat Wir haben dann letztendlich Shikadai Noch so ein bisschen im Hintergrund Der natürlich letzte Woche fliehen konnte Das fand ich ganz nice Dass Shikadai hier auf jeden Fall Nicht komplett liegen gelassen wird Ich hatte mich ja schon so ein bisschen gefragt Warum wird er jetzt aus dem Arc rausgenommen Generell finde ich das an dem Arc sowieso Immer so ein bisschen blöd Sag ich mal Dass Charaktere rausgenommen werden Und wieder reingeworfen werden Immer so ein Hin und Her gibt hierbei Aber Shikadai scheint hier in diesem Arc Wirklich wieder mega wichtig zu sein Also er scheint wieder mehr Screentime zu kriegen Als der ganze Rest der Truppe Natürlich bis auf Boruto und Mitsuki Aber Shikadai scheint hier wirklich Einer der heftigeren Charaktere zu sein Für mich wirkt Shikadai einfach auch Wesentlich relevanter und wichtiger Was den Anime betrifft als Sarada Was eigentlich nicht sein darf Aber momentan kommt es so rüber Und das finde ich halt ein bisschen komisch Das ist so ein bisschen so die Sache Wir geben so ein bisschen auf die Spoiler drauf Denn wir bekommen natürlich jetzt Den Kampf Kako gegen Boruto Also den Typ mit den roten Haaren Gegen Boruto Wir sehen in der Preview Zur nächsten Episode auch noch Dass Shoujo, Inojin und Sarada Gegen das Mädel kämpfen Ich habe leider den Namen vergessen Der wird auch glaube ich nicht so genau oft gesagt Deswegen ist das an der Stelle auch nicht so wichtig Aber die kämpfen halt gegen das Mädel Ist auch interessant Weil anscheinend kann die ja mit ihren Augen Irgendwelche Genjutsus auch erzeugen oder so Und Sarada, Sharingan Ist auf jeden Fall interessant Also so ein Augen-Doju zu betteln Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf Mal gucken Und die nächste Episode Soll ja sowieso etwas bessere Animationen besitzen Warum wohl? Weil wir nächste Woche einen Kampf kriegen Oder mehrere Kämpfe einfach bekommen Da freue ich mich auf jeden Fall Das wird das Ganze wieder ein bisschen pushen Hoffe ich zumindest Ansonsten geht man so langsam in Richtung Kämpfe gegen die Unrate Aber wir sind trotzdem noch nicht Auf dem Weg zu dem Ende des Arcs Wir sind im Januar noch mit diesem Arc Wirklich beschäftigt Und vielleicht sogar noch im Februar Mit diesem Arc beschäftigt Und das ist eine Sache Die auf jeden Fall Eher mehr ist Ohne Spaß Weil diese ganzen Anfangsfolgen Mit dem Schlang Eremiten Mit Garaga und so weiter Waren diese wirklich nötig Für das was wir jetzt hier bekommen Laut den Spoilern Und dazu komme ich jetzt Wird Boruto seinen Kampf Den er nächste Woche hat Auf jeden Fall verlieren Das heißt Er wird mitgenommen Wird aber dann von Shikadai gerettet Und das sieht auch an dieser Stelle Wieder stark nach Shikadai-Fokus aus Was ich halt gerade schon angemerkt hatte Der Typ hat Fokus Also das ist nicht mehr normal Also der hat selbst den Arcs Die eigentlich nicht ihm gehören Hat der Junge guten Fokus Und das ist halt eine Sache Die finde ich für ihn an sich In Ordnung Ich war immer ein Fan von Shikamaru Ich bin auch ein Fan von Shikadai Das sind Charaktere Die relativ in Ordnung sind Ich meine die nehmen sich Ja auch nicht wirklich viel Aber für Sarada denke ich mir so Jo Wann kommt denn endlich mal Sarada Screen Time Ich meine Nächste Episode hat sie einen Kampf Aber mal gucken wie das sein wird Ob das überhaupt großartig beleuchtet wird Shoujo und Inujin Sind ja denke ich mal auch noch dabei Von daher ist das auch noch so eine Sache Konohamaru läuft auch noch irgendwo In Iwagakuro rum Und von dem haben wir diese Woche Auch eigentlich so wie gar nichts gesehen Deswegen also ist noch so ein bisschen So die Sache zu was das Ganze führen wird Und eine Sache möchte ich auf jeden Fall Noch anmerken Das ist mir auch aufgefallen In dem Flashback Von Kuzushi und Onuki Und Boruto einfach Dass Kuzushi und Boruto Hier fast die gleiche Stimme haben Vielleicht haben sie sogar Den gleichen Synchronsprecher Ich weiß es nicht ganz genau Ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder so Aber das klang sehr identisch Fand ich auf jeden Fall Auch an dieser Stelle So ein bisschen als Vergleich Ganz cool Auf jeden Fall Hat das Ganze auf jeden Fall Ein bisschen authentischer gemacht Und besser rüberbringen können Das war es soweit von meiner Seite aus gewesen Wie gesagt Tiefgründige Folge Gute Folge Die Folge war dementsprechend Im Vergleich zu anderen Auf jeden Fall besser Und hat einfach diese dramatische Szene Drinnen gehabt Das fand ich schön Und ja Macht es aber generell vom Arc her Nicht großartig besser Also der Arc Leidet darunter jetzt nicht Aber er wird dadurch auch nicht besser Das muss man einfach sagen Der Arc ist nicht so nice Und dementsprechend Hat man hier mal Ab und zu ein paar Folgen Die ganz gut sind Dass der Arc einfach Darunter leidet Dass er so lange geht Das kann man hier einfach Nicht vermeiden Das muss man ansprechen Und demnach Wäre es das Soweit Zu dieser Woche Gewesen Lasst mir gerne eure Meinung dazu In den Kommentaren Da Wie fandet ihr die Folge Schreibt es mir unten rein Lasst mir gerne Daumen nach oben da Wenn es euch gefallen hat Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Ich wünsche euch einen schönen Abend Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal